2 oder 3 Jetzt hol mal deinen Notizblock raus Was ist das denn? Ich habe ihn irgendwo im Kofferraum Was war da oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja Es wird Fahrzeug Ja Was ist das denn? Was ist das denn? Alles von den beiden Dings Dings Jetzt kommst du Das ist der Anfang So ziemlich Das ist ganz ok Links Das ist ja gleich die Kräuter und Fleisch Auch da Da ist die Flashbang So Jetzt holst du Überall links und wieder rechts Erstmal die Flashbangs wegpacken Dann brauchen wir den links Was haben wir mit der Karte? Wir müssen Ein Hof müssen wir Ja Und dann Die rechte Tür Genau Warte Wollte zum Dachboden Also da wo wir den C4 hochgeschwenkt haben Nee Jetzt links Irgendwann zwei sind die vier Viecher Und dann Da wo wir rechts Da wo wir rechts Kraut Ja Das stimmt Der brettet auch ein ganz ordentlicher Ja Das stimmt Ich habe jetzt schon wieder keinen Hieb Nee Ich habe jetzt schon wieder keinen Hieb Ich habe jetzt schon wieder keinen Hieb Nee Ich habe jetzt hier Also alles rein Ich habe auch wieder gar nicht Ah Sie hätte mich auch direkt gehen können Das einmal Aber das ist nicht Das ist nicht Ist das da draußen gerade noch? Ach da Da war irgendwie draußen noch was Ne Da war das Nein Das ist Ach so Das wir einfach durch die Wand gesehen haben Mhm So Da bin ich durch Nee Nein Was Oh einmal drumherum Aufzugucken Ja Das ist der Schockert Guck mal da lag die alte Nee Da waren wir noch nicht da jetzt Das ist ein neues Gebiet jetzt Da Pico Abschieh Du musst abschiehen Nee Nun ist besser Du musst linken Omeren Trigger oder so Abschieh Oh mein Gott Nee Nee Wir haben so ein Karo Hoch Oh nice Okay Dann haben wir das Gebiet jetzt Ja Und runter Das andere da oben Das andere da oben Das Zum Hals Da finden wir wahrscheinlich meist rum die Teile die wir bauen Das ist ein Elektron Ich bin dran 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 Das ist Das ist Das ist Das ist das Gute. Dann auch nicht. Ah, ist es wieder hoch. Naja, aber immer ein bisschen besser. Wenn ja, sind die Bretter die gute Figuren sein. Hey Ron! Pfff. Ja! Die haben wir gebraucht. Ich weiß, die Brennungen haben da drin. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gleich, was passiert. Weißt, was passiert? Da, die Stange. Oh, die Stimme hat mir verpasst. Ja, die Stimme hat mir verpasst. Halt die Klappe. Kannst du die Stimme nehmen? Nein. Wir haben keine Kommunen. Was für Ventilhebel ist für irgendwas wichtig? Ja. Jetzt Tür. Da geht es runter. Wohin? In den Heizraum. Aber rechts finde ich es auch noch eine Tür. Guck mal, ob die geht. Ach, da ist der Helikopter. Naja. Ich spiele da irgendwas anderes. Da auf der Bank vielleicht irgendwo, glaube ich. Naja, das geht nicht. Was ist das auf der anderen Seite? Oder links? Oder links? Oder links? Oder links? Gibt auch keinen. Da muss man weiter ran gehen. Ich will... Oh, doch geklebt. Ich will immer noch weg. Aber wo kommt ein Heimhütter geschehen? Ja, schmeiß die Bretter weg. Hä? Schmeiß die Bretter weg sonst, oder? Weil die Bretter können halt, dann haben wir nicht mehr das Problem, dass sie überall Zombies sind, ne? Aber... Reines grünes Pulver. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Äh, ja. Er will ja gar nicht. Falls er doch wirklich kommen soll, wird's ja gleich sehr interessant. Wo ist das? Schließ Pulver. Du kannst wieder nur Schockern. Wo die zum... Äh... Kannst du wieder alles in Schockern? Hashtag Schockern. Hashtag Schockern. Hashtag Schockern. Hashtag Schockern. Hashtag Schockern. Ich hab grad eh keinen Platz. So, entweder liegen lassen und später wieder kommen oder? Erstmal Schockern. Oh. 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 Super Sau. Erstmal Fräuter weg. Leg nicht zu viel weg. Ja, wir haben noch zwei. Noch zwei. Okay. So, die Dose kann auch erstmal weg. Und den Griff, den kannst du auch... Den Korbel, den Korbelgriff. Der ist fertig. Der Korbel kann echt weg. Der ist abgehakt. Ist er abgehakt? Ja, die Korbel war abgehakt. Ja, die Korbel war abgehakt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sommer Musiki. Und die Korbel ist abgehakt. Der Korbel ist abgehakt. Der Korbel ist abgehakt. Okay, wo ist der Typ? Ich hab's bei... Wo ist der Telefon? Ruf einfach. Ruf einfach. Ruf bitte. Ruf einfach. Vielleicht kommt er jetzt... Die Make-A-Car-Kette. Dann haben wir ihn noch nicht getriggert. Das ist gut. Äh... Was? Wie komm ich denn zurück? Ähm, aktivier nochmal das Wasser. Ja. Guck mal, über den Helikopter ist auch so ein Teil, weißt du? Aber wie... Kann man so wie... Das ist eine Branche. Ja, das... Keine Ahnung. Ja. Ja. Aber da kommst du nicht lang. Guck mal auf der Karte. Da oben bleiben. Ja. Jetzt haben wir ihn getriggert. Ja. Ich hab's bei... Ja, hab den auf links gestellt. Ich will ihn nur rechts haben. Und dann kommt der Typ nicht durch. Ja. Wie geht's mit dem? Ja, ich hab ihn nicht wieder laufen. Ja. Das geht auch. Wenn ich kippeln kann ich rechts an mir vorbei. Nein, dann ruf mich. Vorbei tötend, so viel muss ich ja nicht. Kannst aber auch nicht. So. Ja wirklich. Sogar nach vorne kommt man gut ab. Wenn du nicht töten kannst. Runter? Ja. Ja, geh runter, geh runter. Nein, nein, nein. Oder direkt rechts? Rechts? Rechts, wieder rechts und dann bis zum Safe-Raum. Sobald du in der Eingang-Salle bist. Ja, und Safe-Raum wäre jetzt relativbar. Ja, ist ja. Zweimal rechts. Rechts, erste, links. Ja. Und... Wie kannst du es jetzt bei dir schon mal zu finden? Ey, du hast ja den Hut abgeschossen, ey. Dem ist es 20 dritt. Von den ersten dritten Resilie wird er töten. In einem Flugzeug. Das stimmt, wie ich doch mal in die Aussage. Du kannst erst im dritten Zelt. Hm? Ich dachte auch mehr, bis es kommt, der ist im dritten Teil der Vorbereitung. Und da oben rechts, Beobachtungsraum auch noch. Was? Rechts, was heißt? Beobachtungsraum auch noch. Go, wo wolltest du es? Erst links, erst links. Ja. Geh in die Büro noch. Ja, ihr könnt ja noch hier, ne? Ja. Ja, genau schon. Waren hier nicht zwei Dinger? Nein. Nein. Eine weiter oben. Hast du noch Bretter? Hast du noch Bretter? Nein. Um das Herz dazu zu machen, sonst wollen die da immer doch. Das ist ruhig eine Tür. Da steht der Zeug nicht, Waren hier. Nichts? Weiter, was? 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 Nein. Nein. Nein, das ist das Konfondent mehr für mich. Beibehalten. Hörst du nach einem Teil bis 6? Das ist nur ein Shortcut. Boah. Wir haben da schon den Raum. Das ist bloß das Spiel auf den Shortcut. Safety, im Verkackung, Karo. Gibt es gar nichts anderes. Der läuft jedoch nicht die ganze Zeit. Der läuft. Er läuft! Oder läuft? Weg! Weg! Geh raus oder? Kann raus. Fann raus. Oh mein Gott. Alles, in Ordnung! � old wird mir сегодня durchgekleben. Ich weiß es nicht. Ich stelle einfach mal hinter die Theke. So, der jetzt muss das ganze Spiel verfolgen. Du hast den Hut abgeschossen. Ich hab erst sauer. Er hat keinen Hut, er hat einen Bier. Ich glaub, dass jemand triggert. Du willst nicht den Hut abschießen. Im dritten Teil weiß ich nicht, dass du einen Raketenverferd findest. Aber du kannst ihn dreimal abschießen und dann haut er wieder ab. Wichtiges Objekt. Ja, du hattest wichtige Objekte, weil die alle kacke sind. Können die nicht öffnen? Nein, nur kombinieren. Du kannst ja halt gerade kombinieren. Wo mich? Wahrscheinlich nur mit der Handkrank. Du kannst ja alles kombinieren, oder? Kannst du eine Handgranate mit einer Blendgranate kombinieren? Ommige Granate. Ommige Granate. Eine Ommige Granate. Also hier, du kannst die Nacht, wenn du... So, drei, vier, zwei. Kannst du auch nichts mit einem Sager ankommen? Scheiss, geil, wir küsst die Jungs. Du hast nicht gespeichert. Hier runter, da hoch, Bett, und dann einfach unten? Ne. Du musst von oben kommen. Nein. Doch. Oh mein Gott. Ja, genau. Du musst da durch. Die Treppe runter. Dann ist es einfach da unten. Ja, da fickt er mich. Ja, da müssen wir hin. Ja, das ist alles wieder nur ein Ding. Ja, das ist der Wahlheber halt. Wo war das? In der Bibliothek. Da runter? Nicht mal in einen hoch. Da ist Bibliothek. Da ist der Wahlheber. Und da kannst du ein weiter höher. Gib mal einen hoch. Dann kannst du da rüber. Und zur Tür in die... Erstmal musst du die dann verschieben. Ja.